Humanoide Surrogates vereinen die Haltbarkeit einer Maschine mit der Anmut und Schönheit des menschlichen Körpers. Die meisten Menschen erleben ihre Welt durch ihre Surrogates. Unsere Welt ist dadurch sicherer geworden. Nehmen Sie Platz in Ihrem Stimchair. Mit der Kraft Ihrer Gedanken. Kontrollieren Sie Ihr Surrogate und schicken es in die reale Welt. Erleben Sie endlich das Leben, das Sie sich immer erträumt haben. Kein Risiko, keine Gefahr. Wir sind mit einer unerwarteten Situation konfrontiert. Zwei Menschen starben, während sie mit ihren Surrogates verbunden waren. Ich glaube, es war tatsächlich ein Mord. Der erste seit 15 Jahren. Die Öffentlichkeit darf nicht denken, dass die Benutzung eines Surrogates tödlich sein kann. Schon gar nicht, wenn es stimmt. Ich will nur wissen, wie ein Mensch durch Signale seiner Surrogate getötet werden kann. Wenn das möglich wäre, dann wäre das gesamte Prinzip hinfällig. Oh Gott, Tom? Sie haben Glück, dass Sie noch leben und offline sind. Wann waren Sie zuletzt ohne Surrogate draußen? Das weiß ich nicht mehr. Wir haben die Welt verändert und jetzt wollen Sie sie zerstören? Wie kann ich das aufhalten? Gar nicht. Geh offline, ich glaube, dass irgendwas passiert. Was geschieht jetzt? Das liegt an Ihnen.